ja hallo wir wollten uns heute zum thema relationen beziehung unterhalten mein gesprächspartner ist der youtuber emperor caligola und wie ist dein eindruck wie haben sich die modalitäten von beziehungen also einerseits in historischen ablauf verändert und wie sind gerade in der gegenwärtigen zeit die veränderungen also natürlich kennzeichnen beziehungen erstmal ganz allgemein das was die relationen von menschen überhaupt betrifft also beziehungen im sinne einer partner beziehung haben sich veränderungen sind veränderungen unterzogen die alle mitmenschlichen verhältnisse verändert hat seit aufkommen der moderne natürlich ganz besonders also sagen wir mal in den letzten 150 jahren durch die entwicklung des dessen was wir den modernen kapitalismus nennen und natürlich ganz besonders und beschleunigt seit es internet gibt das heißt es gibt hier zwei große entwicklungslinien einerseits wir haben eine dualität von größerer wahlfreiheit einerseits damit aber auch dass beziehungen auf allen ebnen freundschaften gruppen parteien was man will und natürlich eben den romantischen beziehungen die leute leichter dabei sind dinge auch wieder zurückzulassen und das auch tun dass sehr viel mehr leute heute nirgendwo mehr aufgehoben sich fühlen oder irgendwo mehr aufgehoben sind sowohl im beziehungssektor als auch im bereich der freundschaften oder der sonstigen gruppen bildung und natürlich einen 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 eine sagen wir mal einen zwang sich umso besser zu darzustellen also eine art wie stelle ich mich da also die menschen haben ein höheres bewusstsein dafür entwickelt wie ihre wirkung ihre außen wirkung ist was den menschen früher vermutlich nicht so stark im bewusstsein gewesen ist ist das ein phänomen also diese veränderung ist das ein phänomen was interkulturell auf der ganzen welt passiert ist oder ist das eine sache die hauptsächlich den westlichen oder europäischen und angloamerikanischen raum betrifft also ich glaube dass es dem abendländischen kulturkreis sage ich was etwas altmodisch also europa amerika vermutlich auch ins weit ins osteuropäische ich nehme auch in russland wird das prinzipiell nicht groß anders sein am meisten betroffen hat aber wenn ich mich daran erinnere an meine erlebnisse aus japan hat dass die japanische gesellschaft auch getroffen da muss ich sagen es gibt natürlich kulturen wo das noch ich sag mal archaische verletzungsmöglichkeiten gibt in denen reste rudimente wie beziehungen früher zustande gekommen sind das ist vielleicht etwas wo wir mal einsteigen können also einer der großen unterschiede die beziehungen heute haben also da wir ja vor allem von der beziehung hier sprechen ist dass sie im wesentlich nicht mehr arrangiert sind das ist das große modell gewesen in denen man kann sagen über jahrtausende vermutlich also auch schon in lang zurückliegender zeit ein wesentliches element dass beziehungen von den eltern vorrangiert waren mitunter in sehr vielen kulturen auch schon in der kindheit lange bevor die der man und die frau sich sich also also überhaupt kannten bewusst dass beziehungen in vielen kulturen arrangiert wurden und nicht als eine art romantische beziehungen galten so wie das heute für uns normal erscheint oder normal erwartet wird sondern das ist sozusagen man war teil eines beziehungsnetzwerks seiner eltern seines sozialen umfeldes natürlich ganz wichtig der schicht zu der man gehörte also wenn man einer arbeiterschicht oder einer bauernschicht angehört oder einer feudalschicht oder weiß ich nicht einer kaufmännischen mittelschicht dann war es natürlich so dass die innerhalb dieser schicht leute kannten und sich vermittelten es war auch usus dass man wenn man merkte die frau oder der man erreicht ein gewisses alter wo man sagt na da sollte nicht länger alleine bleiben dann waren sozusagen mutter vater freunde und so weiter onkel tanten also alles im umfeld bemüht und befleißigt dort schicht bezogen also auch in dem in der sozialen schicht zu der man gehörte ob als es eine geschriebene schicht war wie in einem kastensystem oder eine ungeschriebene gut informelle ist dabei nicht wirklich erheblich aber es war trotzdem ein bewusstsein wozu man gehört das war selten der fall in vormodernen gesellschaften das weiß ich nicht ein 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 wirtshaus besitzer sondern von einer mittelschicht den städtischen irgendeine weiß ich nicht landarbeiterin heiratete und selbst dann wenn es nicht gesetzlich ist gab ja oft auch gesetzliche verbote die das unterbanden oder und und andere regelungen das ist alles weggefallen im zuge der sagen wir mal der egalisierung der gesellschaft oder dem versuch die gesellschaft zu egalisieren das war ja der große anspruch der moderne dass man sagte alle menschen sollen sozusagen gleich sind wir wollen die schicht die schichtung überwinden und das problem ist solange du eine schicht hast du dir gehörst hast du sozusagen einen überschaubaren kreis von partnern und das macht die auswahl per se leichter auch wenn man sagt man hat zwar ist es vielleicht bitterer aber es macht es leichter weil man weiß wo man suchen soll während in einer gesellschaft in der ist zwar immer noch quasi sagen wir mal durch die finanziellen verhältnisse schichtungen gibt natürlich wird es einem weiß ich nicht hartz 4 empfänger schwierig sein oder nehmen wir mal weiß ich nicht eine hartz 4 empfängerin oder ein hartz 4 empfänger ist natürlich bei den geschlechtern etwas unterschiedlich aber generell dass eine hartz 4 empfängende person um sich mal gender neutral auszudrücken es schwerer haben wird jemand weiß ich nicht einen reichen arzt oder reichen rechtsanwalt da ist es es ist bei den geschlechtern verschieden wir kommen noch darauf zu sprechen aber per se ist das nicht ganz verschwunden denn man hat natürlich zugriff schon auf einen bestimmten pool auch man muss ja dann auch leute kennenlernen und treffen und man kann ja nicht auf der straße einfach eine person ansprechen oder wie das in der fantasie oder roman ist man geht in ein café und lernt den mann oder die frau seiner träume kennen das ist ja eher selten der fall und diese ort dieses ordnende prinzip dass auch andere eingreifen wir kennen das ja aus diesem in der bundesrepublik gab es sogar mal ein guppelei paragraf der das verbot also dass das in archaischen gesellschaften war es üblich dann wollte man es um der modernisierung abschaffen dass sich sozusagen von außen leute einmischen und das hat halt dazu geführt dass wir ein quasi ich sag mal quasi weltweit denn es gibt natürlich ein bisschen in diesem bereich eine terra incognita zum beispiel bereiche afrikas indiens würde ich sagen sind für mich bereiche wo ich da nur sehr wenig darüber sagen wollte sagen wir mal die welt die einerseits verwestlich ist also nord und südamerika europa russland bis hin zu russland und dann ist ostasien schon wieder ein bisschen schwierig zu beantworten also wie gesagt ich weiß japan ist da genauso ist in gleichen schwierigkeiten wie 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 westliche gesellschaften ich nehme an auch südkorea china ist weiter weiß ich es nicht genau muss ich sagen aber grundsätzlich werden die probleme in allen gesellschaften die die technologische und organisatorische modernisierung haben vor adäquat ähnliche probleme gestellt werden und das problem ist natürlich wir haben nun also eine vielfalt von mehr auswahl die ist schwer gemacht je mehr je mehr zur wahl ist umso schwerer fällt die auswahl das ist weiß ich nicht wenn du in den schokoladenladen kommst ist auch wenn es tausend schokoladen gibt ja da weißt du auch nicht welche willst du nehmen und das ist natürlich etwas was uns nicht so bewusst ist dass die riesenauswahl das einzelne nicht mehr auffallen ist also wenn ich diese nebenbei man merkt dass zum beispiel auch in anderen bereichen der kunst oder der malerei oder der 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 literatur es gibt heute so viele leute die schreiben so viele die malen dass der einzelne nicht mehr heraussticht das ist adäquat ein bisschen auch in der in der beziehungsfrage man hat heute quasi das gefühl bei einem markt von unendlichen personen vor sich zu haben gerade noch potenziert durch das internet ja wen soll man wählen nach was und schließlich ich hatte das ja schon angedeutet sind wir gerade in aller jüngster zeit ja durch ein eine auflösung der rollenbilder also der vorstellung von der definition was ist männlich was ist weiblich was sind die erwarteten aufgaben für einen mann und eine frau in einer heterosexuellen beziehung das hat sich zunächst einmal sagen wir mal die 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 großen ersten schritte waren ja also in dem sinne wie wir es heute empfinden würden sind natürlich in der nachkriegszeit dann erst passiert und aber es gab noch lange zeit aber bis in die 70er jahre hinein möchte ich vermuten dass sie zwar sich langsam auflösten aber immer noch ungeschrieben akzeptiert wurden den großen schub wie diese aufzulösen hat es glaube ich wirklich erst mit dem aufkommen und der verbreitung des internets gegeben ich glaube auch generell in anderen fragen der gesellschaftlichen veränderungen dass das internet gesellschaftliche veränderungen sehr breiter nachhaltiger wirkung mit sich bringt die wir auch noch gar nicht absehen die sich auch in generationen erst zeigen werden was das internet an 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 positiven wie negativen effekten hatte dazu gehört eben dass man im internet tausend dinge sieht wo es vorher sagen wir mal eine vorauswahl gab die einem präsentiert wurde weil denn das was man vorher hatte war radio fernsehen literatur und damit hatte man eine sehr viel engere vorauswahl die sozusagen was hatte man für literatur das was die autoren schrieben was hatte man für filme fernsehen im kino und so weiter die ja eine rollenverständnis ist ja eine art von imitation also man man hat man nimmt eine identität oder versatzstücke einer identität von dingen die man sieht die denkt man sehr sicher nicht selber aus und auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist und oder man merkt man kommt an eine krise und bricht bewusst weil man im internet liest so möchte ich nicht weiter sein das heißt es ist heute ein ein prozess von sehr viel mehr variablen der zu rollen identität von männern und frauen führt und dann ist natürlich die schwierigkeit in heterosexuellen beziehungen ja nach was für modalitäten kommt der mann und die frau dann zusammen denn früher war das sagen wir mal relativ klar und interessanterweise auch fast global über jahrtausende konstant die vorstellung was der mann war sozusagen also in ganz früheren zeiten der 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 jäger dann also also der im prinzip der der brot beschaffer der beschützer und andere dinge mehr und die definition der rolle der frau war sozusagen verwalterin des hauses in irgendeinem weiteren sinne und das war eine arbeitsteilung auch eine emotionale arbeitsteilung also wenn wir zum beispiel große werke der literatur oder der 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 wissenschaft ist immer wieder die arbeitsteilung zu beobachten gewesen in vormodernern oder in frühmodernen gesellschaften das sozusagen große bekannte männer unbekannte ehenfrauen hatten die sehr viel dazu beitrugen sowohl teilweise inhaltlich teilweise emotional also wir kennen von etliche beispiele sagen wir mal von sehr geistreichen männern die aber emotional sehr instabil waren und nur durch die emotionale stabilisierung ihrer ehefrauen ihre großen literarischen philosophischen oder sonstigen werke überhaupt zustande gebracht haben und diese aufgabenteilung ist zerbrochen werden zerbrochen worden durch natürlich die emanzipation vor allen dingen da die frauen in den westlichen gesellschaften zunächst einmal mit dieser rolle nicht mehr sie nicht mehr wollten so nicht sich darauf beschränken wollten und dadurch ist natürlich die frage der beziehung als etwas ergänzung von 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 zwei teilen das ist damit verschwunden oder sagen wir mal weit in den hintergrund geraten und dann ist natürlich die frage mit nach welcher vorstellung formt sich dann eine heterosexuelle beziehung wenn das weg ist und es gibt ja diesen satz den ich muss gestehen als soziologe ganz furchtbar finde den kategorien eckert mal gesagt hat in der modernen gesellschaft wird jeden tag alles neu ausgehandelt und ich weiß nicht für wen das eine traumvorstellung ist aber es ist sagen wir mal eine anforderung die den menschen einfach überfordert das kann kein mensch und eine beziehung kann das allemal nicht wo ist das vielleicht im zitat hat sie das vielleicht übertrieben gesagt aber grundsätzlich ist die frage natürlich schon wenn wir keine feste vorstellung davon haben was ist die rolle des mann ist die rolle der frau in einer beziehung dann handelt es sich tatsächlich permanent neu aus und dann ist auch die furcht erstens mal ich gehe ein viel größeres risiko ein weil der partner ist ja per se eine unbekannte person vorher hatte ich wenn ich als heterosexueller mann eine frau kennenlernte sie hat eine vorstellung davon was ich als mann leistet und zu erleisten von mir erwarte und umgekehrt jetzt betreffen quasi zwei mehr oder weniger unbekannte wesen die auch voneinander nicht wissen was die vorstellung davon sind und das macht natürlich die bereitschaft solch eine beziehung einzugehen auch geringer weil man eben sagt na da weiß ich gar nicht was für eine frau oder was für einen anderen mann angehe ich mir da eben weil es ich will nicht sagen alles sein kann aber eine so unüberschaubare vielfalt von rollen und rollenzusammensetzungen sind dass die die scheu einerseits sehr groß ist eine risikovermeidung stattgefunden hat und natürlich partner leichter sich auch aneinander irren also die die wahrscheinlichkeit sehr viel größer geworden ist dass man einen partner oder eine partnerin findet wo man sagt naja gut außer der ersten verliebtheit aufgrund weiß ich nicht attraktivität oder ein zweier gemeinsame hobbys haben ja eigentlich gar nichts gemeinsam und natürlich kommt noch ein weiteres schließlich hinzu beziehungen waren in früheren gesellschaften ja vor allen dingen oder zu einem erheblichen teil wirtschaftsgemeinschaften also man heiratete ja nicht primär aus aus liebe wobei das man darf jetzt auch nicht so zynisch über die gesellschaft der vergangenheit zu sagen ja das war nur rein nüchterne sachliche beziehung also in der antike mittelalter den leuten war romantik durchaus bekannt aber die es war doch ein pragmatismus im allgemeinen bewusstsein über die vorstellung von von ehe dass man sagte okay es ist eine wirtschaftsgemeinschaft gerade wenn wir das mittelalter nehmen und auch die größten teile der landbevölkerung in der antike dann war es ja so dass man gemeinsam man und frau einen hof bewirtschaftete also ein ländliches leben und man heiratete man man zeugte kinder man hatte möglicherweise auch noch andere teile der familie in einem gemeinsamen haus onkel tanten oder irgendetwas denn auch diese vorstellung der kernfamilie also der beziehung als mann frau vielleicht ein zwei kinder ist ja auch eine sehr neue entwicklung früher war ja in vielen gesellschaften auch in europa das haus aber mal mit sehr viel mehr menschen bevölkert selbst ich bin noch so aufgewachsen als kind bis bis zu meinem sechsten lebensjahr dass ich mit meinen eltern meinen großeltern und meiner meiner tante in einem großen haus wohnte und das macht natürlich vieles schwieriger also auch zum beispiel auch kindererziehung um was jetzt kein so genuin beziehungsthema ist sondern quasi die folge die folge einer beziehung aber auch das ist ja prekärer geworden wenn sozusagen keine größere familienkreise mehr da sind dass ja wer wer kümmert sich dann um kinder das ist ja oft heute das problem und dann haben wir eben gesagt in der modernen kleinen familie ist die lösung geworden der staat kümmert sich darum das heißt wir haben das kita wesen und andere arten der der das wir sozusagen der staat auch einerseits auch immer mehr will wir merken dass gerade in der neuesten zeit es gibt immer mehr bestrebungen von parteien bewegungen aller möglichen art die sagen wir wollen dass die kinder so früh wie möglich an den staat gebunden werden eine entwicklung die man durchaus kritisch betrachten muss denn die frage ist was was bringt der staat den kindern dann bei und wie ist es gut dass kinder so früh ihren ihren eltern möglicherweise entfremdet werden und nun ist die anforderung auch durch sagen wir mal einen einen wohlstandsverfall den wir beobachten ja so dass auch beide elternteile wenn es kinder gibt arbeiten müssen dass es nicht mehr eine freiheit ist die wir vorher gefordert haben sagen ja die frau soll auch arbeiten dürfen sondern wir sind heute quasi wirtschaftlich in der situation dass die breite masse der gesellschaft beide arbeiten müssen gerade wenn sie kinder haben weil es keine jobs mehr gibt dass der man oder die frau es wäre mal völlig egal dass eine ernährer das alles stemmt und viele der älteren werden sich wenn nicht aus sich selber so doch aus der generation ihrer eltern noch daran erinnern wo weiß ich nicht der vater der alleinige ernährer war und ein gutes leben auch als normaler mittelschichtler stemmen konnte ja möglicherweise war es früher scham behaftet wenn man als einzelner ernährer eine familie nicht ernähren konnte und heute ist es fast scham behaftet wenn man als teil einer beziehung nicht arbeiten geht ja ja es gab generell in der gesellschaft eine sehr starke aufwertung dass menschenleben sich finanziell rechnen soll mir ist aus einem anderen bereich der mich eher betrifft sehr stark aufgefallen ich weiß in den siebzigern und achtzigern man hatte damals einen begriff der heute fast verschwunden ist das waren die sogenannten aussteiger also leute die keine normal biografien fühlen wollte also weiß ich nicht hippies esoterische leute oder anderes aus welchen gründen auch immer sachen die arbeitswelt ist nichts für mich natürlich war für die masse dass das man auf die herab guckte auslachte oder so aber man sagte ach komm dass die verrückten was soll das interessiert uns das und ich habe es bemerkt in der zeit als die harz gesetze kamen also in den 90er jahren wandte sich das in einer sehr krassen weise dass ich in breiter masse nicht nur in deutschland sondern überhaupt in westlichen gesellschaften in deutschland fiel es mir stark auf weil ich den wandel der anderen gesellschaften ja nicht persönlich erlebte dass plötzlich in deutschland jemand der nicht wirtschaftlich etwas bringt als niemand galt oder sogar als also mit einer negativität behaftet war menschen die nicht finanziell beruflich etwas leisten wir haben das ja auch heute sagen wir mal wenn wir sehen ursprünglich ist ja frauenbewegung die die vorstellung frauen mehr wahlfreiheit zu lassen und was eine absolut noble und von mir rückhaltlos unterstützte idee ist nur das problem ist wir haben ja heute de facto eigentlich nur eine umkehrung denn sehr oft wird von gerade menschen aus der frauenbewegung ja frauen kritisiert die sagen ich entscheide mich für ein hausfrauen dasein und ein dasein zum aufziehen der kinder dass solche frauen von leuten aus der frauenbewegung nicht selten angefeindet werden das heißt dass quasi ein zwang eigentlich nur durch einen anderen ersetzt wurde ist das bei homosexuellen beziehungen auch so dass traditionell na gut so eine richtige tradition jetzt überliefert ist hast du ja wahrscheinlich eher in der antike aber wo dann ein teil auch der ernährer war und der andere teil dann ich muss sagen dass mir das schwer fällt zu sagen trotz dass ich dazu gehöre ich weiß nicht auch ob es dazu breite untersuchungen gibt ich kann also hier nur sagen wir mal aus dem gefühl und aus der allgemeinen lebenserfahrung sprechen mit großem vorbehalt ich möchte sagen dass das nicht so ist denn grundsätzlich ist die dynamik wenn ich sag mal aus die perspektive von lesben kann ich grundsätzlich dazu kann ich gar nicht sagen denn ich bin nicht frau und nicht lesbe das heißt das ist eine distanz die für mich zu groß ist um mich hinein zu versetzen da möchte ich nicht etwas aussagen das wäre mir würde ich mir nicht anmaßen aber bei schwulen ist das nun so es kommen ja zwei männer zusammen und damit ist die dynamik sagen wir mal schon grundsätzlich eine andere wir werden ein mann und eine frau denn man und frau haben egal wie viel kultur sich verändert schon sagen wir mal bestimmte hormonelle andere struktur der gehirn und so weiter die immer eine gewisse unterschiedlichkeit behalten und da sind andere dynamiken also nur gibt es natürlich sagen wir mal so mancher schwule mann kann sich eher orientiert sich vielleicht eher an femininen rollen wird anderer an an maskulinen aber das ist dann eher etwas das unvorhersehbar ist und wo ich auch nicht beobachtet habe es gibt ja dieses stereotyp in schwulen beziehungen ist immer einer der mann oder die frau das ist unsinn es gibt schwule beziehungen die so sind es gibt welche die nicht so sind über die häufigkeit darüber vermag ich nicht zu sagen aber die regel ist dann dass beide eigentlich quasi arbeiten gehen ja natürlich also ich meine natürlich es sind selbst wenn ein schwuler mann mehr feminine anteile hat im einzelnen dann ist er trotzdem ein mann so das heißt er hat die typischen normativen erwartungen die unsere kultur immer noch an männer hat nämlich erfolgreich zu sein tough zu sein sich zu bewähren und so das ist solche jahrtausende alten normen werden menschen ja nicht einfach los und das wird auch in homosexuellen beziehungen zwischen männern wie gesagt es würde mich persönlich interessieren ob das ob lesbische beziehungen auch durch die fraudefinition noch überformt sind oder nicht aber das weiß ich nicht dazu kann ich nicht sagen dadurch dass jetzt beide teile quasi in die arbeitswelt kommen und sich da bewähren müssen hast du den eindruck dass frauen ja daran gehindert werden eine feminine seite zu leben oder dass das im prinzip da ja mehr dann oder dass es eigentlich auflöst dass es eigentlich tatsächlich egal wird nur möchte ich eines vorausschicken bevor ich das beantworte es gibt ja heute eine verbreitete theorie dass man sich zu etwas sich nicht äußern darf dass man nicht ist und gerade in keinem thema oder ich glaube in keinem thema ist das so prägnant wie im thema männer frauen dass uns männern ja immer gesagt wird wir dürfen weiß ich nicht dazu keine meinung sagen haben und es gibt auch andere themen in denen das immer wieder gesagt wird natürlich muss man sich als wissenschaftler ich bin soziologe darüber klar sein etwas zu dem man nicht selber gehört hat man nicht denselben zugang wie zu etwas zu dem man gehört also natürlich ist einem heterosexuellen wissenschaftler ist legitim dass er über homosexualität forscht das ist wichtig denn wissenschaft muss allen frei sein umgekehrt wird es ihm natürlich es gibt eine grenze des dessen worin man sich hineinversetzen kann das muss ich als man vorausschicken da ich mir natürlich der grenzen der aussagbarkeit über frauen als man im klaren sein muss gerade als wissenschaftler nichtsdestotrotz muss der wissenschaftliche prozess allen offen sein auch der sagen wir mal der jenseits der wissenschaft der diskurs dass alle das ist meine vorstellung als 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 klassischer liberaler dass alle das recht haben müssen sich zu allem zu äußern auch wenn es ihn nicht betrifft davon lebt der diskurs einer offenen gesellschaft gut dieses in klammern gesetzt es ist natürlich eine situation eingetreten in der frauen wie männer wenn ich jetzt mal so ich rede im grenzen seit ich erwähne es anders von heterosexuellen beziehungen dass frauen wie männer in einer beide sich in einer nun in einer neuen schwierigen situation befinden es ist wohl so ich habe nicht allzu viele studien darüber gelesen sondern ich besitze natürlich anekdotische erfahrungen von männern und frauen die ich kenne es gibt auch einige grundlagen erkenntnisse über aus dem bereich der psychologie der soziologie es gibt ja dieses mannett was man hypergamy nennt also diese dass man dass das frauen ihren status das wird insbesondere ich sag mal frauen zugeschrieben ich sage das in dem bewusstsein da ich nicht ausgiebig genug studien gelesen habe um das sagen zu können es ist also ich sage es also als hypothese dass also frauen in einer befreiten gesellschaft in der sozusagen rollenwahl und partnerwahl frei geworden ist viel eher die möglichkeit haben durch die partnerwahl aufzusteigen als dass männer die möglichkeit haben also das zum beispiel weiß ich nicht eine arzthelferin einen chefarzt heiratet ist sehr viel wahrscheinlicher als dass eine chefärztin einen 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 pfleger heiraten würde auch wenn ich wie gesagt keine statistik darüber habe können wir schon mit einiger wahrscheinlichkeit annehmen dass das wenn wir eine statistik erheben würden wahrscheinlich dabei herauskommen würde das hängt einfach damit zusammen dass wir über jahrtausende gewachsene anthropologische erwartungen haben die wir die moderne hat sich ja relativ schnell vollzogen also im vergleich darüber wie sich normen ändern und das heißt gesellschaftlich sind die normen gesprengt aber in uns stecken sie noch drin und das ist natürlich das problem denn umgekehrt haben natürlich dann auch viele männer sagen wir mal ich höre das immer wieder von 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 freunden von heterosexuellen männern die sagen ja gut also ich ich habe ja den frauen was den für die augen der frauen nicht genug zu bieten wenn ich auf finanziell gleicher höhe bin oder frauen die sagen wir mal so eher an dem geld das höre ich oft als klage ich gebe es nur so weiter ohne das verifizieren zu können sie sind sozusagen naja die frauen heiraten mich für das geld oder wenn ich keins habe dann rennen sie mir halt davon das sind schon umgekehrt ist das natürlich auch für frauen mit sicherheit ein dilemma wenn sie dieses bedürfnis haben oder vielleicht davon sagen wir mal befangen sind man ist männer wie frauen sind ja in ihren vorstellungen die wie gesagt anthropologisch über jahrtausende jahrzehntausende in uns gewachsen sind die sind ja nicht einfach rauszuschneiden also männer zum beispiel sind meines erachtens sehr viel mehr an optische attraktivität interessiert und das hat anthropologische gründe weil gesundheit sozusagen oftmals suggerierte fertilität also die wahrscheinlichkeit dass eine frau viele kinder bekommen kann hat man abgelesen am äußeren so deswegen ist in männern eine orientierung an der an der an der ästhetik des der partnerin sehr viel höher bewertet aufgrund der anthropologischen entwicklung der jahrzehntausende der der menschheit während umgekehrt für die frau die gerade in der zeit der schwangerschaft und auch dann wie sie das kind versorgt er den wert legt einen zuverlässigen partner zu haben als einen attraktiven oder einen eben dann in der modernen gesellschaft mit finanziellen ressourcen heute hat sich das auf finanzielle übertragen aber ich meine es ist wir kennen das ja seit dem aufkommen der psychologie wir sind alle durch dinge getrieben die uns nicht bewusst sind von freud kommt ja das berühmte diktum das ego ist nicht herr im eigenen haus das heißt wir haben so diese 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 die theorie des eisbergs also dass sozusagen das ego das bewusste ich das sich bewusst entscheidet ist eigentlich nur die kleine sichtbare spitze und das unterbewusste ist sozusagen das was uns an einem starken maße steuert und das ist die schwierigkeit dass wir sozusagen der kerngehalt dieses unterbewussten ist im wesentlichen bei männern und frauen gleich geblieben aber der erwartung an das ich und vom ich hat sich radikal in kurzer zeit gewandelt und das sind glaube ich sehr starke spannungs momente und da ist eben dieses was man hypergamie nennt diese diese erwartung einer frau an einen mann eine 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 sicherheit zu haben die archerische gesellschaften erfordert haben und umgekehrt die erwartung der männer an sich selbst der macher der starke der dominante zu sein um die frau beschützen zu können was für wie gesagt jahrzehntausende das dominante element aller gesellschaften gewesen ist das ist einfach nicht einfach wegzuschneiden durch durch ein paar generationen oder gar jahrhunderte war das ist das dilemma dass das sozusagen diese das was man hypergamie nennt dass das das männer sich sozusagen ich finde keine frau und umgekehrt natürlich auch frauen sagen na gut sie haben in sich ein programm das in archaischen gesellschaften sinn machte da mal höher stehende persönlichkeiten männer zu suchen und dann vielleicht unzufrieden sind weil sie sich von lauter männern umgeben die dann umgekehrt sich auch gehen lassen ich sag das mal so auch als kritik umgekehrt gegen viele männer die sich auch optisch dann aber sehr gehen lassen also wir haben eine eine ich möchte richtig richtig regelrecht sagen gerade in deutschland ist das etwas was ich wirklich sehr 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 schrecklich finde eine regelrechte optische verwahrlosung heterosexuelle männer also tut mir leid wenn ich das etwas drastisch sagen muss aber es ist wirklich so männer geben sich in unserer modernen gesellschaft kaum mehr gerade in deutschland in manchen kulturen europas mag das anders sein aber in deutschland ist das sehr stark zu bemerken dass das 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 deutsche also auch deutschstämmige männer natürlich sich besonders optisch gehen lassen nach welchen kriterien würdest du denn sagen finden sich in der gegenwart paare es ist natürlich wie gesagt unübersichtlich geworden durch die durch die entwicklung nun ist wir haben heute etwas eine ein prinzip das nicht nur beziehungen überformt sondern im prinzip die gesamte gesellschaft nämlich die marktförmigkeit des aller menschlichen beziehungen das ist interessanterweise eine eine typisch linke kritik gewesen sie ist ursprünglich aus dem kreis adornos und hochheimers die 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 vermarkt die marktförmigkeit aller menschlichen beziehungen was ich eine kuriosität finde dass es im prinzip gerade auf der politischen linken diese kritik völlig verschwunden ist nämlich dass alle menschlichen beziehungen nach einem wert bemessen werden auch geld gerade wenn es um die intime beziehung geht denn weiß ich nicht einen harz 4 empfänger oder einen geringen lohn empfänger wird es egal welchen geschlechts erst einmal per se sehr viel schwerer haben einen partner oder partnerin zu finden weil jeder irgendwo in sich unbewusst diese sache trägt auch gott da habe ich einen der möglicherweise an der so war unmöglich das heißt man war sozusagen früher saß fest das ist heute nicht mehr so es gibt auch kein soziales stigma dass die beziehungswechsel sagen wir mal es sei denn betreibt sie wirklich exzessiv weil sich im monatsrhythmus aber es besitzt auch kein soziales stigma in den westlichen gesellschaften mehr jedenfalls des westens ist es wäre interessant vielleicht ist es in osteuropa zum beispiel noch etwas stärker aber darüber vermag ich nicht zu sagen natürlich ist ein weg in der heute ganz bedeutend geworden ist ist social media ich hatte ja gesagt es gibt heute keine kuppelei mehr also es ist das hat ja auch ein ein negativen eine negative konnotation in der modernen gesellschaft bekommen und wenn leute heute vereinsamen einsam sind beziehungslos dann gibt es nur noch sehr weniger so eltern sowieso praktisch gar nicht in jedenfalls in leuten die aus westlichen gesellschaften auch stammen bei sagen wir mal leuten die aus anderen kulturkreisen eingewandert sind mag das vermutlich immer noch zu einem anteil den ich nicht sagen kann noch eine rolle spielen aber in menschen die mit europäischem hintergrund sage ich mal gibt es von der familie praktisch überhaupt keinen eingriff mehr dass das das weiß ich nicht eine frau vorgestellt oder ein mann vorgestellt wird und im freundeskreis ich habe das wirklich ganz selten mal mitgekriegt dass in freundeskreisen leute sagen hier da kenne ich eine frau da kenne ich den mann sondern selbst im freundeskreis herrscht eine merkwürdige gleichgültigkeit wenn leute wirklich man merkt diese person ist vereinsam selbst wenn sie wissen dieser mann oder diese frau leidet unter der einsamkeit gibt es selbst in freundeskreisen nur sehr weniger die sich tatsächlich oft aufmachen sie mühe auf sich nehmen und zu sagen ich versuche jetzt diesen mann oder diese frau einer beziehung zuzuführen das ist sozusagen es ist sein bier seine verantwortung oder ihre ihr bier oder ihre verantwortung und es ist es herrscht ein seltsame eine seltsame apathie eine seltsame egalhaltung gegenüber diesem was gerade auch in freundeskreisen früher völlig anders gewesen ist wenn man merkte im freundeskreis ist sozusagen einer zurückgelassen in und alle haben freundinnen oder freunde war es eigentlich in noch bis in die ich möchte sagen 60er jahre hinein selbstverständlich dass die freunde sagten wir was ist denn mit der oder arrangierten irgendein treffen oder irgendetwas und das ist in unserer modernen gesellschaft praktisch völlig erloschen und das findet ja adäquat auch dieses etwas wo man sagen wir mal nochmal eine rückanknüpfung zu diesem aus konservativen kreisen ist das ja oft gesagt worden es ist keine ganz unberechtigte kritik dass frauen insbesondere sozusagen den staat heiraten das heißt das knüpft an die e der wirtschaftsgemeinschaft das heißt frauen finden einen mann haben gemeinsam ein kind stellen fest sie mögen sich nicht verlassen einander leichtfertigt meistens wird auch heute noch das kind oder die kinder der frau zugeschrieben und die frau heiratet quasi den staat wird also alimentiert durch durch das steueraufkommen weil das so ist sind beide partner auch mit kindern umso leichter bereit auch eine beziehung wieder aufzugeben weil man auch auf social media einen markt hat wo man sieht oh wen gibt es da noch alles wo man früher eher die angst vielleicht gehabt hätte naja wenn ich jetzt die beziehung aufkündige abgesehen von dem stigma dass das hatte die vorstellung war naja gut das wird dann sehr schwer eine neue partnerin oder einen neuen partner zu finden heute herrscht das gefühl durch social media naja gut einen besseren oder eine bessere finde ich überall das hat gerade durch social media zugenommen allerdings und das ist auch etwas das andere bereiche der gesellschaft erfasst hat also gruppen zum beispiel oder freundeskreise auch dass menschen sehr stark dazu neigen dingen nach einer marktwirtschaftlichen perspektive zu sehen das muss nicht geldhaft geld bedeuten aber schon eine art lohnt sich das rechnet sich das und also natürlich mit einem emotionalen wert ich habe zum beispiel war früher immer wieder in diversen gruppen engagiert habe selber welche geleitet also im spirituellen bereich zum beispiel und da gab es schon damals diese marotte das ich sage nannte das immer gruppen hopping also gruppen hüpfen die leute waren unglaublich schnell dabei wenn ihnen eine gruppe nicht passte nicht zu sagen ich versuche eine veränderung in der gruppe herbeizuführen sondern man ging einfach zur nächsten und und leute ich leute kannte die wirklich innerhalb von jahren ein halbes dutzend oder mehr gruppen durch gingen und nie bei einer blieben weil sie immer dachten nach da habe ich jetzt einen streit gehabt jetzt gehe ich zur nächsten und das ist mit freundeskreisen auch so die diese art lebensfreunde ich erinnere mich zum beispiel noch mein vater dem seine der 2015 verstorben ist der hatte wirklich freunde aus seiner der jugendzeit die bis ins alter zu ihm hielten sich meldeten und auch nach seinem tod noch ein paar mal bei mir anriefen und und nach mir erkundigten das heißt das ist eine freundschaftsdauer im normalen freundeskreis die heute praktisch kaum mehr einer kennt also man kann schon froh sein wenn man eine wenn man dieselben freunde länger als zehn jahre hat dann ist das schon lang auch das ist deutlich leichter dass die leute sagen naja da hatten wir jetzt eine missstimmigkeit ich gab suche ich andere kreise man kann ja auf weiß ich nicht facebook und sonstigen vielen anderen foren dann da geht man einfach rein und da sucht findet man seine leute ja und natürlich auch durch das internet man hat sozusagen eine art substituts beziehungen sowohl im freundeskreis als auch in beziehungen dass man sagt man man hat also leute die man über das internet kennt aber gar keine ich sag mal in anführungsstrichen reale beziehungen sind die also nicht da sind sondern die im prinzip nur virtuelle beziehungen sind ich will das jetzt nicht kleinreden ich habe auch sehr gerne freundschaften im internet und mit denen ich sehr ähnlich verbunden bin aber es ist halt kein substitut für leute die da sind physisch und die marktförmigkeit hat sich allerdings interessanterweise auch schon vor dem internet entwickelt nämlich schon mit dem aufkommen von werbung fernsehen und und kino also visuelle medien interessant ist dabei die 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 werbung hat da den anfang gemacht das schon also gerade in den sehr eine deutliche wende ist so ab 1900 zu bemerken etwa damals hat man noch werbung hauptsächlich gemalt man hat also künstler beauftragt die besonders schöne frauen und männer auf die die dann für irgendetwas warben weiß ich nicht ein parfüm oder ein weiß ich nicht backpulver oder irgendetwas und das waren sehr oft sehr ästhetische hypermodels die da gemalt worden und es gibt auch noch einige die wenn man das also künstlerisch nachverfolgt die da wirklich große namen in dieser branche gewesen sind wie zb leiendecke einer der mich malerisch auch inspiriert hat und das sind wirklich total ideale männer ideale frauen die auf diesen die da longieren und so in entspannter atmosphäre und sozusagen eine perfektion der romantik und der schönheit suggerieren schon zu einer zeit vor kino und fernsehen dann haben wir natürlich mit dem aufkommen des kinos das dann kommt und später des fernsehens auch dort wobei es im im noch noch nicht sofort kam also wenn man sich hollywood sagen mal noch der 40er 50er 60er ansieht und das fernsehen der 40er 50er 60er auch noch so mal bis in die 70er 80er nein war das schönheit die schönheits erforderung noch nicht so ausgeprägt also wenn man weiß ich nicht moderatoren nimmt aus den 70er 80ern oder nachrichtensprecher oder sprecherinnen ja der frauen hatten damals noch eine höhere anforderung an die an die optische schönheit das muss man schon sagen aber es waren auch viele schauspielerinnen nicht unbedingt bildhübsch sondern sagen wir mal auch da gab es schon charakter frauen obwohl da man fairerweise natürlich sagen muss die anforderung an die schönheit an frauen war auch damals sehr viel höher als die anforderung an die ästhetische schönheit eines mannes wenn man also alte schauspieler sieht und 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 hollywood-filme da war noch eher dieses dass der mann etwas charakterliches ausstrahlen musste und die frau also es gab im hollywood war ja sagen wir mal schneller progressiv als andere kulturbereiche und natürlich gab es da eher ein es ging eine modernisierung voraus der die gesellschaft danach zog auch im kino auch im fernsehen aber es ist erstaunlich wenn man wenn man wenn man alte heute alte hollywood-filme sieht gerade in bezog bei den männern hat sich da vieles verändert wo die anforderung an die ästhetische schönheit von männern in film und fernsehen unglaublich zugenommen hat in den letzten also mal seit den neunzigern wo noch ich als ich teenager in den achtzjahren war es war völlig egal wie ein mann auch sah im fernsehen im film also würde ich sagen völlig egal aber das hat eigentlich keine große rolle gespielt auch wie man sich kleidete also es wäre in den achtzjahren als ich teenager war unvorstellbar dass sich jungs teenager dafür interessieren wie ihr haar ist natürlich gab es wenn man seiner bestimmten gruppe angehörte dann gab es natürlich dass man dem weil ich wenn man zu den gossip typen gehörte dann gab es bestimmte styling ideen oder was auch immer punks oder bestimmten gruppen aber das war dann eher eine art tribalistische zugehörigkeits äußerung als eine als eine per se ästhetische anforderung an die männer und plötzlich hat die männer seit den neunziger jahren dasselbe erwischt was vorher nur das leiden der frauen gewesen ist nämlich die anforderung an eine entsprech ansprechende ästhetik also die ja von sagen wir mal nicht wenigen oder etlichen heterosexuellen männern auch sagen wir mal beklagt wird was da ein bisschen man kann das durch verschiedene brillen sehen einerseits muss man sagen na gut ihr männer habt jetzt dasselbe was ihr jahrtausendelang von den frauen gefordert hat fair ist fair also warum soll sich wenn wenn männer seit jahrtausenden schöne frauen haben wollen warum soll man frauen vorenthalten dass auch ihr mann schön sein soll das ist dann schon gerecht umgekehrt es ist natürlich weil sich die die alte rolle des mannes war eben eine andere und das ist ein dilemma auch was ist schön ist dann ein mann macht sich dann ein mann in diesem sinne schön wie er sich selbst schön findet oder macht er sich in einem sinne schön wie es ein gerade eine kultur mode ist oder wie es vielleicht die frau seiner seiner zielvorstellungen geworden ist und das ist alles eine art marktförmigkeit geworden das heißt man hat seinen wert optisch wie man sich darstellt in vielen anderen bereichen weiß ich nicht dass man zum beispiel eine herzeitbare wohnung hat das ist auch für viele single männer ein großes problem sie haben eine ich möchte fast sagen ein bisschen eine verwahrlosung ein verwahrlosungsproblem das ist soziologisch auch weit nicht genug erforscht dass ich das sicher sagen kann viele single männer haben echt verwahrlosende wohnungen also die kommen sozusagen aus dem studenten da sein oder aus dem jugendlichen da sein und leben mit unter mit 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 ende 30 mit mit in den 40ern noch in buden wie 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 studenten buden ja und das ist also eine gesamtsumme von von marktförmigkeit denn wenn eine frau sich eine trümmerbude von irgendeinem single aufsucht ja die frau kommt natürlich kein zweites mal es sei denn sie ist hartgesotten oder selbst so drauf und interessant ist dass das ist ja eine genuin link ist ein genuin linkes interesse gewesen diese befreiung herbeizuführen stattdessen ist eine marktförmigkeit eingetreten die was ich unglaublich kurios finde da ich selbst eher aus einer links liberalen ecke komme es wird von links heute nie kritisiert diese marktförmigkeit also dass man einem typus entsprechen muss und dass man einen verkaufswert beziehungsmarkt hat wird von darüber wird von linker seite heute also es gibt natürlich noch alt linke ecken die das noch schreiben aber das ist weiß ich nicht mikroskopisch im ausmaß sondern die marktförmigkeit der gesellschaft des menschlichen zusammenseins und vor allem der beziehungen wird von links überhaupt nicht kritisiert das ist wirklich das totale verstummen der linken zu diesem zu diesem thema ist wirklich erstaunlich und etwas besonders interessantes ist nun könnte man sagen wir haben ja neue entwicklungen diese vogue social justice warrior die vermeintlich aufbrechen rollenbilder man kann sozusagen sein was man will und sie verlangen man muss auch so akzeptiert werden das heißt sie schreiben sich auf die fahnen eine vermeintliche befreiung das problem ist aber ich sage deswegen vermeintlich da ist eigentlich wenn man es sich genau ansieht nur eine vertauschung des der einen normen schachtel durch quasi die andere schachtel von normen ist denn wenn du dich in einem freundes und bekannten kreis von lauter leuten bewegst die selbst vogue social justice warrior links grün sind dann haben sie natürlich an mann und frau sein einfach nur andere erwartungen die du erfüllen muss wenn du sie nicht erfüllst sind deine chancen auf in diesem kreis auch gering bis null das heißt das vogue sein hat nicht wie es von sich behauptet eine befreiung der partnerwahl oder überhaupt der auswahl wie ich mit menschen zusammenkommen erzeugt sondern im gegenteil ich möchte fast sagen eine verengung zumindest im vergleich zusammen mal einer zeit der 70er 80er in denen ist so ein mittel ein mittelbereich zwischen einer eher konservativen vergangenheit und der progressiven zeit in der wir heute uns befinden gegeben hat war man einfach zeitlich damals in der mitte und hatte vermutlich in dieser zeit objektiv die maximale liberalität in unseren westlichen gesellschaften während heute ist sich wieder sehr sortiert also auch leute die dann konservativ sind werden natürlich dann umgekehrt ihre erwartungen haben wir haben ja tendenziell eine 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 spaltung in soziale gruppen und subgrüppchen in denen also quasi jeder in einer immer kleiner werdenden blase sich befindet die erwartungen damit eigentlich eher gesteigert sind und das vogue sein wie gesagt die vogue social justice warrior erwarten was wie soll eine frau sein wie soll ein mann sein die erwartungen sind nicht geringer wie die in einer archaischen oder strikt konservativen gesellschaft sie sind einfach nur andere sie sind keine befreiung und das ist das was ich weiß nicht ist es ihnen nicht bewusst ist es ihnen egal das vermag ich nicht genau zu sagen aber interessant ist es denn ein konservativer ist insofern ja wenigstens authentisch indem das was er fordert und sagt mit dem was er tut eins ist ein woker aber von sich behauptet er macht eine befreiung und im prinzip ist genauso konservativ ist nur mit umgekehrten wertigkeiten wie wie vorher wir hatten ja 2015 eine große migrationswelle und gab ja dann auch in folge noch weitere migration wie ist dein eindruck hat sich das denn ausgewirkt auf die partnerwahl oder auch auf die gesellschaft weil einerseits kamen natürlich menschen aus deutlich anderen kulturen wo auch deutlich andere dinge zugrunde lagen andererseits ist dann die frage ob sowas wie die partnerwahl in der eigenen gruppe ausschließlich passiert und als letzter punkt größtenteils kamen ja dann doch schon jüngere männer das heißt es gab sich auch ein gewisses ungleichgewicht in der geschlechterverteilung innerhalb der sich dann neu gebildeten gesellschaft das ist aus zunächst einmal ist das natürlich ein sehr schwieriges thema per se wäre es für die sozialwissenschaft ein sehr wichtiges feld gewesen sich darum zu kümmern nun ist es leider so es gibt einfach es ist eine politische tabuisierung dieses themas weswegen es zu diesem bereich nicht sehr viele brauchbare studien und und schriften gibt wie es eigentlich das zu erwartende wäre wenn sich die gesellschaftliche zusammensetzung in einem relativ kurzen zeitraum historisch gesprochen mehr oder weniger verändert diese auch sozialwissenschaftlich aufzuarbeiten zu reflektieren was sind die chancen was sind die risiken dieser veränderung einer multikulturell gewordenen gesellschaft und eine frage die zum beispiel ganz wichtig wäre zu stellen menschen aus anderen kulturen bringen ja generell erst einmal ihre werte mit weil das sind die einzigen die sie kennen aber die frage die sehr wenig gesellschaftlich diskutiert und auch sehr wenig sozialwissenschaftlich untersucht wurde ist die praktisch wichtigste wie lange erhält sich werden diese werte quasi generationen mäßig weitergegeben das spielt ja auch für das zusammenrollen kommen sowohl in beziehungen als auch in freundeskreisen eine rolle und sagen wir mal so wir können durch eine ganz andere perspektive eine einige vermutungen anstellen nämlich durch das was man etwas böse ghettoisierung nennen könnte denn das lässt sich beobachten und messen das lässt sich nicht verbergen was wir sehen können ist dass in allen multikulturellen westlichen gesellschaften das stattfindet dass sobald ein gewisser größerer anteil von menschen eines bestimmten migrationshintergrund oder in der bestimmten ebnie dass die weißen wegziehen es gibt ja den berühmten ausdruck der white flight also der weißen flucht jetzt ich will das gar nicht moralisch bewerten es ist einfach ein faktum das passiert und es ist ja auch umgekehrt so wenn menschen eines bestimmten migrationshintergrundes in ein land ziehen oder von einer stadt innerhalb deutschland sondern eine andere dann ist auch dort die tendenz zu beobachten dass sie im gegenden ziehen wo sie eher die wahrscheinlichkeit haben auf menschen ihrer ethnie oder ihrer kultur zu treffen also ist es ein offensichtlich sichtbares an der beobachtung messbares bedürfnis dieser menschen denn das ist ja nicht geleitet oder befohlen sondern menschen ziehen ja selbst hin oder weg daraus lässt sich schon sagen wir mal und dass das da ist ein so allgegenwärtiges phänomen in allen westlichen gesellschaften ist oder sagen wir mal in allen multikulturellen gesellschaften ist auch in multikulturellen gesellschaften in denen die vielen kulturen schon über jahrhunderte miteinander existieren ist das ein festzustellender ein festzustellendes faktum dass natürlich die das zusammenkommen sagen wir mal generell erst einmal schon mal schwieriger macht ich habe auch den eindruck als historiker dass sich die meisten menschen in der moderne in der wir gewohnt sind dinge sehr schnellläufig zu erleben nicht darüber bewusst sind dass unterbewusste und kulturelle elemente die dauer von jahrhunderten mitunter in kernen sogar jahrtausenden haben also dass wir zum beispiel im abendland durch dinge geprägt sind des römischen reichs der griechischen antike also wurzeln die 2000 und 2500 jahre zurückliegen und ebenso leute des orients oder anderer gegenden der welt dass wir also dass also menschen eine sehr viel längere art der identitäts stabilität haben auch wenn es aus wie gesagt politischen gründen darüber nicht so viele untersuchungen gibt wie es eigentlich müsste gerade in einer zeit in der die mobilität ja sehr hoch geworden ist und die leute sehr viel eher in der lage sind in einen völlig anderen kulturkreis sich zu bewegen und zu begeben was nun beziehungen betrifft ist es natürlich so wenn menschen aus einem unterschiedlichen kulturkreis kommen dann sind natürlich die normativen erwartungen der männer beziehungsweise frauen an den jeweiligen partnern beziehungsweise die partnerin für die andere person schwerer zu prognostizieren also wenn weiß ich nicht ein mensch aus einem muslimischen hintergrund und ein mensch aus einem ich sag mal geschlechtsneutral aus einem europäischen hintergrund dann ist bei aller verständigung immer noch schwerer sich vorzustellen wie die alltäglichen verhaltensweisen und erwartungen dieser person sind denn diese menschen sind in ihrer kultur geprägt und nicht der der man selber ist und das heißt man begibt sich sozusagen in eine größe in ein größeres risiko auf unerwartete erwartungen zu treffen und denn es ist ja so menschliches zusammensein ist dass ich die dass ich dass ich weiß was die erwartungen des anderen sind dass ich sie also erfüllen kann denn dann kann ich befreundet sein dann kann ich eine beziehung eintreten egal auf welcher ebene wenn ich eine vorstellung entwickeln kann was erwartet die person gegenüber von mir je weniger ich das vorhersehen kann umso schwieriger ist das herstellen und aufrechterhalten einer beziehung auf jeder ebene nicht nur in der beziehungsebene und ich meine da ist natürlich schon relativ klar zu beobachten dass einerseits wie du sagst es ist wir haben eine einen deutlich größeren zuzug der migration von männern in den letzten sieben jahren gehabt wie von frauen das heißt quasi einen eine menge männer überhang auf der einen seite andererseits haben wir aber auch durchaus beobachtet dass auch generell eher frauen bereit sind oder vielleicht sogar interessiert männer eines anderen kulturkreises oder einer anderen ethnie als partner zu wählen wie umgekehrt und auch da wären psychologische und sozialwissenschaftliche studien wichtig angebracht die vor allem auch politisch neutral sind daran mangelt es sehr stark man kann also nur ich kann also natürlich auch nur dann spekulationen an stellen ich meine auffallend war zum beispiel wenn auch wenn das aber mal sagen wir mal eher jetzt anekdotisch ist und er ein hinweis sein mag aber die die diejenigen wenn man jetzt sich erinnert an 2015 an die grenzöffnung dann war die geschlechtlich waren es doch überwiegend weit überwiegend frauen die mit begeisterung darauf reagierten so während für männer gerade weil ja zumindest was man sah wenn man da die die flüchtlingszüge sah sah man quasi zu einem ganz überwiegenden teil männer war klar dass für männer aus deutschland wie aus anderen westlichen ländern emotional natürlich eher dass das die vorstellung da war wir haben zusätzliche konkurrenz das hat natürlich schon spannungen verursacht über die wir weder politisch noch kulturell denn die debatten darüber wurden tabuisiert und das ist sagen wir mal selbst wenn man egal ob man nun muss wie man multikulti bewertet persönlich wenn man ein multikulturelles gelingen will ist das eine katastrophe wenn man eine wenn man problem themen tabuisiert denn dann werden sie nie gelöst es gab ja 2015 und 16 dann die übergriffe auf der kölner domplatte und selbiges hat sich in anderen europäischen städten auch zugetragen dann gab es wohl auch einen gewissen anstieg von überfallartigen gruppenvergewaltigungen was vorher auch eigentlich eine ziemliche ausnahme war gut einerseits kann man das jetzt als ein kulturelles phänomen andererseits aber auch ein phänomen von ja wie soll man sagen also beim überangebot an männern ist natürlich ein unterangebot an frauen und so gesehen sind ein anteil der männlichen bevölkerung dazu verdammt in unfreiwilligen zölibat zu leben ja was dann entweder zu aggression oder frustration führt also ich möchte mich über die psychologische motivation gerade dieser massenvergewaltigungs vorfälle nicht weit aus dem fenster lehnen weil das ist nicht ist nicht mein metier und ich habe auch keine ich meine es wäre mal interessant von die von diesen tätern groß angelegte psychogramme zu erstellen das wäre wirklich mal interessant ich glaube nicht dass es das gegeben hat ich weiß jedenfalls von keinem solchen von keiner solchen studie und das wäre nämlich hilfreich um tatsächlich mal festzustellen ist es ein ist es ein individuelles problem das quasi das befeuert hat also weil mangels an an gelegenheiten frauen kennenzulernen oder es ist ein kulturelles das wäre unglaublich wichtig festzustellen auch in der frage wie man damit umgeht wie wir das risiko minimieren wie wir das verarbeiten und die tabuisierung hat dazu geführt dass wir dazu auf spekulationen angewiesen sind und ich selbst vermag nicht sagen ist es eher etwas individuelles wie ich die finden alle keine oder ist es eher etwas kulturelles denn natürlich gibt es kulturen in denen die vorstellung von der rolle der frau die der verfügbarkeit ist also das ist einfach so und aber ob das was ich da konkret ich meine es ist natürlich auch so man darf auch folgendes nicht vergessen menschen die aus sehr gesteuerten kulturkreisen kommen also in denen es eine sehr starke steuerung des verhaltens gibt durch den clan den stamm die familie auch durch die hohen erwartungen die sagen wir mal wenn sie aus einer muslimischen gesellschaft zum beispiel kommen oder einer ostasianischen gesellschaft dann hat man natürlich dort einen höheren normativität druck wenn diese leute nun in hyperliberale gesellschaften kommen ist es natürlich psychologisch auch sagen wir mal erklärbar was keine rechtfertigung bedeutet erklärbar als 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 mögliches modell dass diese leute ich sag mal einfach nicht damit fertig werden sich in einer so hyperliberalen gesellschaft denn wir haben ja einerseits mal islamische gesellschaften die eine sehr hohe keuschheit der an die frauenrolle erwarten und umgekehrt hier frauen die sich für diese verhältnis aus dieser verhältnisse sehr offen sagen wir mal zeigen in der gesellschaft und dass das im kopf einfach diesen leuten ich sag mal so ganz vorsichtig unverarbeitbar ist also da trifft einfach etwas aufeinander und dass dieses zusammenprallen dieser dieser völlig konträren dinge was immer dahinter stecken mag das ist etwas das wir durch die tabuisierung letztlich nicht wissen glaubst du dass solche studien nicht in umfangreichen maß erzeugt werden liegt daran weil man die ergebnisse fürchtet oder weil man die ergebnisse im grunde schon weiß also es ist sicherlich ein 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 eine mixtur von vielem zum einen natürlich gibt es den vorauseilenden gehorsam man fürchtet sozusagen wir haben das ja auch in anderen politischen feldern man fürchtet als wissenschaftler sagen wir mal nicht mehr aufträge zu finden seinen job zu verlieren und so weiter vor allem wir haben ja heute auch eine sehr starke emotionale angriffe auf auf menschen die die sagen wir mal studien veröffentlichen die der politisch gewünschten mainstream meinung widersprechen da hat sich das klima ja sehr stark geändert und dann sagen vermutlich schon im vorauseilenden gehorsam etliche das lasse ich lieber lieber ruhen das ist das eine das andere ist ist es gewusst ich kenne ein beispiel eines was ist der aus dem bereich der psychologie das ist professor gatz saad der hat einmal folgende geschichte erzählt die ich in diesem bereich unglaublich erhellend fand professor gatz saad ist ein aus dem libanon geflohener jüdischer professor für ich glaube evolutions biologie oder psychologie und er hat eine israelische wissenschaftlerin einmal gesprochen die aus dem feministischen bereich kam aus dem links politischen linken lager und in einer studie nachweisen wollte dass die israelischen soldaten rassistisch gegenüber den palästinensern sind ich gebe ihr nur wieder was gatz saad erzählt hat und sie machte also lange diese studie und wollte also nun messen wie viele palästinensische frauen sind durch israelische soldaten vergewaltigt worden um den grad des rassismus der ist in der israelischen armee zu ermessen sie kam es am schluss der studie kam raus es gab keinen fall selbst nach intensivster suche einer vergewaltigung einer palästinensischen frau durch einen israelischen soldaten was war ihre schlussfolgerung darauf wäre wäre ein normaler mensch im denken nie drauf gekommen sie sagte als schlussfolgerung dieser studie die israelischen männer seien so rassistisch sie würden palästinensische frauen nicht einmal vergewaltigen also da ist im prinzip es ist im prinzip die studie so dass egal was rauskommt durch die politische brille immer das herauskommt was man heraus haben will auch das macht es sehr schwierig gerade in diesem bereich rassismus feminismus und so weiter gerade wenn wir diese dinge überwinden wollen müssen wir ja wirkliche gründe kennen müssen wir ja wirkliche zusammenhänge erkennen wie wollen wir etwas überwinden worüber wir uns belügen worüber wir uns falsche erklärungen liefern das heißt es wäre auch im sinne einer überwindung all dieser dinge ans licht zu bringen woran es liegt wo es herkommt und das ist ein ganz entscheidender faktor dieses dass viele wissenschaftler die selbst in diesem ich sag mal woken denken sich befinden egal was die studie sagt sie erbringt das was sie erwarten und ich bin mir ziemlich sicher das wird nicht nur im bereich der 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 geschlechterforschung und anderer sondern auch in vielen anderen bereichen leider der fall sind was übrigens gar nichts neues ist wir kennen das auch in wissenschaftlichen bereichen ich entsinne mich noch an eine dokumentation da ging es um die entdeckung des des also des impfens da war wer war es louis pasteur war es in frankreich und in preußen war es noch der fällt mir immer nicht ein die beide gleichzeitig forschten oder auch ein ganz bekanntes anderes beispiel nikola tesla der glaube ich den wechselstrom entdeckte und und propagierte und edison sein gegenspieler der den gleichstrom entwickelt hatte und die also gerade edison der in völlig irrationaler weise alles von tesla kritisierte was inhaltlich gar nicht haltbar war also dass die wissenschaft so eine neutralität besitzt ist ein märchen und das wissen selbst wissenschaftler in ihre eigenen theorien so verliebt sind dass sie weit über die rationalität hinaus andere kritisieren in den dreck ziehen muss man wirklich sagen und ihre eigenen gewünschten ergebnisse hervorbringen ist nicht dass erst durch wog oder gender wissenschaften entstanden ist sondern so alt wie die wissenschaft selbst und es ist jetzt so durch den angriff von russland auf die ukraine dass wir auch wieder neue flüchtlingsfälle haben in deutschland und diesmal sind es ja mehrteilig frauen also zumindest aus der ukrainischen bevölkerung was daran liegt dass wohl die männer an der ausreise auch aktiv gehindert werden also als ukrainischer mann kann man das land nicht verlassen da muss man dann schon ausländischer student in ukraine sein um irgendwie rauszukommen und dann nach deutschland vorzudringen da ist es jetzt sogar so dass ich oft das gehört habe ja diese frauen sind jetzt in gefahr sexuell ausgebeutet zu werden also dass sie im prinzip untergebracht werden und ja durch denjenigen oder der sie unterbringt sexuell ausgebeutet werden könnten das habe ich 2015 nie gehört also der vorwurf ist dann auch wieder nur ja männer können frauen sexuell ausbeuten aber sowas wie weiblichen sex tourismus oder weibliche sexuelle ausbeutung kann es per se nicht geben so wie es rassismus gegen weiße anscheinend nicht geben kann natürlich also ich meine die einseitigkeit auf der aus dem aus dem aus dem wolken lager ist ist im prinzip an allen stellen sichtbar also das ist jetzt wirklich nichts nichts keine bahnbrechende erkenntnis dass immer mit zweierlei maß gemessen wird und nirgendwo so stark wie im bereich von männer frauen ich jetzt ich sagen wir mal so ich persönlich als wissenschaftler würde auch gerne mal auf auf zahlen oder fakten sie warten und sagen so wo habt ihr daten erhoben die euch diese schlussfolgerung denn ist zu behaupten kann jeder das ist ist es auch berechtigt hypothesen kann jeder aufstellen ob wissenschaftler oder nicht wissenschaftler das ist wie gesagt das merkt man einer diskursoffenen gesellschaft aber ich möchte doch dann mal sehen okay wo sind denn die fallbeispiele in denen das tatsächlich passiert ist denn ein sei dem in einer bestimmten alter aber ein nicht unerheblicher teil der frauen wird ja verheiratet sein die männer bleiben zurück und verteidigen das land und die so das heißt sie sind ja nicht freie frauen also sie sie können ja nicht sich in irgendeine beziehung begeben sondern sie sind verheiratet und sagen wir mal so wie die moral einer 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 ukrainischen osteuropäischen gesellschaft ist ist würde ich auch dass mich weit genug aus dem fenster lehnen um zu sagen die wahrscheinlichkeit dass sie sich nun hier aus außeregelichen sex wagt als relativ gering denn da ist der moralische druck in doch noch deutlich höher würde ich persönlich annehmen und von daher behaupten wie gesagt es ist absolut berechtigt eine solche behauptung aufzustellen aber dann ist die person auch schuldig dafür statistiken oder zumindest man kann ja auch sagen einzelne fallbeispiele aber sagen wir mal ich habe daher bis ich habe da sind den beweis für diese hypothese schuldig geblieben eine hypothese die ohne beweise behauptet wurde kann auch ohne gegenbeweise verworfen werden das ist zu dieser these die frauen würden ausgebeutet also ich brauche nicht gegenbeweise für eine theorie für die die andere keine beweise erbracht habe um zu sagen ich verwerfe das das ist ein wichtiges wissenschaftsprinzip wie ist denn ein ausblick wie sich beziehungen in der zukunft gestalten werden also einerseits ist ja diese große auswahl und diese beliebigkeit von der du gesprochen hast vielleicht auch so ein bisschen großstadt land prinzip was durch das internet auch vielleicht ein bisschen relativiert wird aber der pool an leuten aus denen man wählen kann ist natürlich in der großstadt viel größer als der pool in ländlichen regionen wie gesagt das internet mag das relativieren allerdings beschleunigt das in der großstadt ja auch noch mal um ein vielfaches wohin entwickelt sich das prinzip beziehung also das gehört glaube ich zu den eine million dollar fragen also das sind so die fragen wo man sagt also wer das weiß kann sich als orakel von delphi aufstellen lassen ich bin persönlich als historiker vor allen dingen der ansicht geschichte entwickelt sich nicht zurück selbst wenn wir große gesellschaftliche brüche haben wie zum beispiel das zusammenbrechen der antike und dann hatten wir erst einmal das sogenannte dark age also das zeit zwischen antike und mittelalter also knapp 500 bis 800 das ist so ungefähr die schiene in der sagen wir mal nichts viel schriftliches und auch sehr viel sehr wenig gesellschaftliche organisationen existierten und dann sich die feudale mittelalterliche gesellschaft daraus entwickelte aber der bruch der antike war ja nicht ein bruch in das was davor war sondern es formierte sich in form der feudal gesellschaft eine völlig neue art der gesellschaftlichen organisation und sollte das jetzige gesellschaftsmodell in dieser weise sagen wir mal an einen punkt kommen da ist nicht aufrechterhalt was aus welchen gründen auch immer gehe ich eigentlich eher davon aus dass es formen entwickeln wird die wir die wir uns jetzt einfach nicht vorstellen können nun ist natürlich so es gibt ja ein ringen von zwei verschiedenen seiten einerseits von einer immer mehr ins extrem gehende sagen wir mal woken linken richtung die propagiert immer extremere charaktereigenschaften als normal akzeptieren zu sollen als einen normativen wert und umgekehrt einen konservativen gegenversuch der das versucht wieder ein bisschen zurückzubinden erstens mal welche davon erfolgreich sein wird ist absolut nicht vorherzusagen wie es die geschichte generell nicht ist nun ist natürlich denn beides hat sagen wir mal attraktivitäten und und probleme für eine eine natürlich bietet eine etwas eine eine konservative rückbindung größere sicherheit aber es haben ja auch leute in der moderne freiheiten gefunden die ich glaube viele konservative unterschätzen wie wenige dazu bereit sind diese einfach auch wieder loszulassen selbst mit der möglichen hoffnung vielleicht etwas mehr eingebunden zu sein aber der drang der freiheit der in der geschichte sich fortgesetzt hat ist ja nicht einer der durch zufall über die menschen gekommen ist sondern weil er offensichtlich schon ein gewisses natürliches bedürfnis ist sagen wir mal eigenständig zu sein und dafür haben wir viele andere bereiche die wir sehen können einen den ich in dem ich anekdotisch das sehr interessant erlebt habe waren meine vielen jahre die ich früher verbracht habe in online spielen ich versuche das mal ganz kurz nur als beispiel zusammenzufassen weil für mich war das in sehr vieler facher hinsicht lehrreich die ersten online spiele also die ultima online everquest waren so man konnte nur zusammen etwas erreichen weil die aufgaben waren so schwierig man war zur kooperation gezwungen also wie die zusammenarbeit in archaischen gesellschaften die so gefährlich waren dass man zur kooperation gezwungen war interessanterweise obwohl es ein im ganzen ein sehr angenehmes soziales umfeld erzeugte denn die kehrseite war natürlich jemand konnte sich nicht allzu oft daneben benehmen ohne nirgendwo mehr anschluss zu finden und ohne in diesen spielen nichts mehr zustande zu bringen was wie gesagt absolut dem früher gesellschaften und ihrer struktur entspricht trotzdem war es so dass die forderung nachdem wir möchten auch dinge alleine machen können wir möchten befreit sein trotz der angenehmen erfahrung des gemeinsamen aufkam und immer stärker wurde bis der große durchbruch war world of warcraft dass das spiel war dass das prinzip du kannst auch alles alleine machen quasi zu der maxime machte und ein und ein gigantischer abräumer in einer wirtschaftlich im vergleich gerade für den online spiele markt also sagen wir mal so dass eines der erfolgreichsten war damals everquest das glaube ich 300.000 subscriber und world of warcraft hatte glaube ich zu spitzen seit 14 oder 17 millionen also es war eine völlig andere dimensionen die damit plötzlich anbrachen und der gesamte markt der online spiele jedenfalls der europäischen kippte dahin zu diesem du kannst praktisch alles alleine machen und der bereich wo du gezwungen bist dich mit anderen zusammen wurden wurde immer weniger das heißt es gibt offensichtlich eine in der natur angelegte ein an ein angelegtes bedürfnis zur autarkie das da ist und das finden wir auch schon in anderen bereichen es gibt ja dieses dass man in einer stadt eher frei ist einerseits aber auch eben anonym und verloren und trotzdem überall wo in der menschheitsgeschichte schon vor 4000 jahren im antiken sumer oder das ist ja nicht antik sondern sogar vorantik also im alten bei den sumerern babylonia was man will die leute in die städte drängten weil sie sich eben erhofften freier zu sein das ist ja der der sozusagen der urgrund der stadt die anonymität die dich frei macht die viel mehr chancen dadurch dass du viel mehr leute um dich hast wo du natürlich auf dem land sagen wir mal sicherer aufgehoben bist auch was kriminalität ist städte sind immer sehr viel eher orte der kriminalität als das land und trotz all dieser großen risiken ist der zug der menschheitsgeschichte überwältigend seit 4000 jahren zur individualität und 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 in städten also in dieser art anonymer masse diese diese anonyme massengesellschaft ist nichts neues sondern der trieb dahin ist 4000 jahre alt und global du hast ja davon gesprochen dass die beziehung immer marktförmiger sind und wo findet da noch emotionalität statt wenn der markt das höhere maxim ist oder die maxim ist also wir haben ja zwei bewegungen die in der gerade in der europäischen westlichen kultur stattgefunden hat die in beziehungen ein stark eingewirbt haben das ist die säkularisierung einerseits und das was ganz spezifisch eine europäische sache in dieser intensität ist die romantik also die romantische vorstellung die übrigens schon im mittelalter wenn man also minnelieder weiter von der vogelweide natürlich gibt es liebeslyrik und so weiter aus anderen kulturen aber diese starke dominanz ich möchte zunächst auf die säkularisierung eingehen säkularisierung heißt dass immer mehr menschen religiös oder umgekehrt immer weniger menschen werden religiös glauben an gott glauben an eine seele sondern sehen sich nur noch als körper als 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 sterbliche materielle dinge sage ich jetzt mal und diese säkularisierung hat natürlich dazu geführt dass die bereitschaft sich schneller wieder zu trennen sehr viel größer geworden ist und auch sagen wir mal die ernsthaftigkeit der beziehung stark gelitten hat denn was das element ist ja dann weg also man ist nicht mehr ein paar vor gott man sucht auch nicht eine seele mit der man vielleicht seelen verwandt ist sondern es begegnen sich nur noch körper und dafür hat im prinzip die gesellschaft gar keinen ersatz gefunden das ist ein ein loch aber dieses dieses loch das die säkularisierung erschaffen hat ist etwas das sich im prinzip auf viele bereiche oder ich möchte sagen auf alle bereiche der gesellschaft erstreckt hat es ist nur eine weitere schwierigkeit die hinzugekommen ist nämlich die säkularisierung wir sehen nicht mehr seelenhaftes sondern wir sehen nur noch körper denen wir begegnen und ich glaube es ist unserer gesellschaft gerade was die säkularisierung säkularisierung betrifft noch nicht im vollen umfang wirklich bewusst dass wir etwas los geworden sind spiritualität im allerweitesten sinne und dass die abwesenheit davon nicht einfach unersetzt ich sag's mal so bleiben kann es ist ein loch das sich mit irgendetwas das mit irgendetwas gefüllt werden muss und gerade im beziehungsbereich haben wir gar nichts im politischen haben wir ja ideologien die oft dieses erfüllt haben faschismus kommunismus haben ja sozusagen diese erlösungsvorstellungen die religionen haben oder diese diese das höhere ziel dass das über mich hinausragt gebracht aber im beziehungsbereich sehe ich nicht was die säkularisierung das loch der säkularisierung ersetzt hat was aber sehr stark zugenommen hat und sagen wir mal ein bisschen in dieses loch gefallen und dann dort ins gigantische gewuchert ist das ist die romantische erwartung wir hatten noch niemals so hohe romantische erwartungen von partnerschaft wie wir das heute haben und gerade in einer gesellschaft die säkular ist also die in der religion eine reine privatsache ist von vielen auch nicht mehr praktiziert oder geglaubt wird aber in dem auch generell ein nihilismus um sich greift das heißt es gibt nichts mehr an werten denn auch die ideologien es gibt es ja mal wieder auftauchende aber die großen ideologie zeiten in denen massen zusammenkamen wie faschismus oder kommunismus sind ja vorbei wir haben eine sondern immer wir haben sagen wir eine immer mehr frakturierende zwar gibt es konservative linke aber selbst diese sind ja in immer kleinere gruppen gespalten also die großbewegungen der ideologien wie im 20 jahrhundert sind vorbei sehe ich auf absehbare zeit auch nicht wieder kommen also wenn alles das nihilistisch ist wenn all das wertlos ist dann bekommt die der partner auch eine eine anforderung an ihn gestellt die er unmöglich erfüllen kann und das ist quasi der rest an emotionalität der in der beziehung übrig geblieben ist das ist das romantische gefühl das heißt der partner muss das ultimative super gefühl den kick in dir auslösen es muss die natürlich auch durch stereotypen durch fernsehen und film erzeugt aber romantische erzählungen romantische literatur die bedeutung der romantik der der liebes lyrik ist ja im abendland auch schon lange vor kino und fernsehen sehr viel dominanter gewesen als das in anderen kulturen der fall gewesen ist und ich glaube das ist wirklich auch ein ganz großes problem dass sozusagen der partner oder die partnerin alles unbill der welt um einen herum gut machen soll also die arbeit ist sinnlos ich gehe halt einer erwerbsarbeit nach in der modernen arbeitsgesellschaft die seit der industrialisierung aufgekommen ist gehen ja die leute haben nicht mehr ihren hof oder ihren besitz sondern man ist quasi angestellter also die meisten sind fremdarbeiter also angestellte eines fremden betriebs nur wenige ziehen einen sinn aus aus ihrer arbeit sondern man hat eben eine arbeit die nicht sinnerfüllend ist es gibt auch sehr viele die tätigkeiten machen weil die tätigkeiten ja auch immer weiter aufgespalten ist wenn wir zum beispiel eine frühere gesellschaft nehmen da war ein tischler ein schreiner der hat einen kompletten stuhl selber gebaut heute gibt es lauter einzelne die irgendetwas machen wo quasi nur einen kleinen teil baut und dann auf dem fließband macht der nächste wieder ein kleines teil dazu das heißt man macht keinen sinn erfülltes produkt wenn wir zum beispiel einen autofliesbänder denken oder so da ist ja nicht ein mann oder drei männer die sitzen und bauen jetzt ein auto sondern der macht immer türen dran und türen dran den ganzen tag das heißt seine möglichkeit aus der arbeit sinn zu ziehen ist tendiert dabei gegen null es sei denn man hat wirklich sehr viel glück das ist in anderen gesellschafts bereichen nicht anders also wenn man sieht in der politik wie viel kann man da verwirklichen da auch da haben wir eine zersplitterung wie gesagt religion ist als sinnerfüllung jedenfalls gesellschaftlich weitgehend weg gefallen so ja die familienbande haben keine großen verknüpfungen mehr es ist ja in den europäischen westlichen familien also westlich stämmigen europäisch stämmigen familien auch oft so meistens man kennt die eltern man kennt die geschwister das war's also da sind auch schon die kontakte immer immer zerfaserte so es gibt auch keine oder nur noch eine sehr marginale leitkultur an der man sich orientieren könnte wenn man andere epochen nennt weiß ich nicht barock klassik und so weiter dann haben wir im bereich architektur literatur musik eine identität wo man aufgehen konnte als kulturschaffender oder als kontur konsumierender das für frühere gesellschaften auch noch bis 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 ins frühe 20 jahrhundert in europäischen gesellschaften auch eine rolle gespielt hat der identitätsstiftung in der man aufgehoben war gerade das bürgertum ja war ja in nicht geringem maße wenn wir also leute wie die thomas mann familie zum beispiel denken die ja sehr stark ihre identität und gemeinsamkeit auch durch die gemeinsame konsumierung von kultur beziehungsweise im fall von thomas mann der produktion von kultur also die familie die bürgerliche die gemeinsam in die oper geht gemeinsam klassische literatur liest und so weiter das ist ja weggefallen in den in der modernen kultur weitgehend es gibt also nur noch das gefühl selbst und damit ist die person die du romantisch in dein leben ziehst oder haben möchtest mit einer mit der last sämtlicher sämtlichen anderen mangels wird ihm auferlegt oder ihr und das ist eine last die kein mensch erfüllen kann was sozusagen eine so überhöht romantische erwartung emotionaler intensität an die beziehung und an den partner oder die partnerin darstellt die unerfüllbar ist die in der realität nur scheitern kann ja möchtest du noch ein paar abschließende gedanken hinzufügen ich glaube wir befinden uns also ich erinnere mich an ein buch von habermaß der in den ich glaube mit 80ern ein buch geschrieben hat das hatte einen interessanten titel damals nicht so ganz passend die neue unübersichtlichkeit also eine gesellschaft die zerfasert in der dadurch die kommunikation schwieriger wird denn dass wir mit menschen zusammenkommen bedeutet ja wenn ich jetzt mal mich auf auf luhmann als was wie kommen menschen zusammen bedeutet dass man eine anschlussfähige kommunikation das heißt das heißt ich kommuniziere in einer weise wo du einerseits erwarten kannst was ich alles möglicherweise sagen kann und ich nicht weiß ich nicht etwas sage von dem du noch nie gehört hast von dem du nicht weiß wie du darauf reagieren sollst oder ich plötzlich anfange mandarin zu sprechen dass du nicht verstehst oder irgendetwas anderes das heißt dadurch dass wir so zerfasert sind in unserer modernen gesellschaft wird die anschlusskommunikation schwieriger und man scheut sie eher weil man eben das ungewisse meidet das ist eine ganz natürliche verhaltensweise und das ist etwas was aber diese frakturierung was das problem unserer westlichen gesellschaft nicht nur in beziehung ist da steht die beziehung quasi exemplarisch für die probleme der entwicklung unserer gesamten westlichen gesellschaften in denen veränderungen passiert sind über deren folgen wir uns nicht im klar war und das lässt sich auf sehr viele bereiche der veränderung gerade der letzten zehn jahre sagen über deren folgen wir uns nicht im klaren sind teilweise sind sie auch durch leute die sagen wir mal starken einfluss haben unterbunden worden das muss man so ganz klar sagen auch weil man fürchtete wenn man das aufmacht kommen sehr viele unschöne dinge ans licht aber das ist sozusagen es ist es ist ja ein das ist ja nichts anderes als ein aufgeben des vertrauens in die aufklärung also die vorstellung dass wir durch debatte etwas lösen können also jeder art der wir haben es wenn ich ganz aktuell sein darf ja gerade vor kurzem hat elon musk twitter gekauft und leute fürchten die demokratie wird beschädigt durch freie diskussion das ist sozusagen in der nutshell die problematik das sind leute die den gedanken der aufklärung wir können durch offene debatte dinge lösen aufgegeben haben und als mensch der in dieser tradition sich sieht als mensch der liberal sich verortet und aufklärungsgedanken für sehr wichtig hält empfinde ich das als tragisch denn dann wie ich in anderen bereichen sagte bleiben die probleme bestehen und egal ob im beziehungsbereich aber auch da in allem gesellschaftlichen miteinander müssen wir endlich aufhören tabus zu ziehen aus angst vor dem was herauskommt weil wir sonst stecken bleiben und im schlimmeren falle in bereiche hineinschlittern die permanente verschlechterung bedeuten weil wir weil wir nicht mehr reflektieren es gibt sozusagen etwas läuft ab und wir machen keine ehrliche kontrolle des der entscheidung die wir getroffen haben die ehrlich aufarbeitet war die entscheidung gut wo muss sie korrigiert werden man hat das um ein sagen wir mal vielleicht nicht ganz so aufregendes thema zu nennen ja schon im harz 4 gesehen das hat man eingesetzt mit bestimmten zielen und es wurde eigentlich relativ schnell klar dass die selbst gesteckten ziele durch das prinzip des harz 4 mechanismus praktisch nicht erfüllt wurden und trotzdem läuft es de facto bis heute so weiter selbst diese was heißt es soll es angeblich dieses bürgergeld geben bedeutet keine grundlegende änderung sondern das prinzip bleibt eigentlich im wesentlichen gleich von ein paar marginalen änderungen obwohl man die immer noch bestehenden zielsetzungen mit diesem mechanismus nicht erreicht hat und auch nicht erreichen wird das heißt es gibt eine weigerung von gerade der entscheidungsträger in regierung und anderen bereichen redlich und ehrlich die einmal getroffenen entscheidungen nachzuprüfen und einen check zu machen zu was haben sie tatsächlich geführt wir sehen das in kovid wir sehen das in der zuwanderung wir sehen das in vielen anderen bereichen und ich sage unabhängig davon wie man dazu steht man kann eine gesellschaft nicht laufen lassen indem man sich weigert einen objektiven check-up zu machen zu was es geführt hat selbst wenn man diese oder jene politik befürwortet muss man einen redlichen neutralen check-up machen und eine gesellschaft in der so viele vereinsamen um noch mal auf das beziehungsthema zu kommen in der so viele auch psychologisch sehr stark unter vielen dieser entwicklungen leiden sind wir wahnsinnig wenn wir nicht redliche neutrale ehrliche checks abmachen und wie gesagt das ist völlig unabhängig davon ob man selber eine linke oder rechte eine konservative oder liberale eine progressive oder wie auch immer ausrichtung hat man muss die entscheidungen prüfen ehrlich und neutral sonst geht man in die gesellschaftliche katastrophe und persönlich ich sage es nicht so gern ist meine erwartung oder ich sage es eher befürchtung dass ich eher erwarte es muss wirklich einen großen gesellschaftlichen bruch geben bevor die bereitschaft so groß wird okay wir prüfen jetzt tatsächlich mal was waren falsche entscheidungen also ich sehe im moment leider wenig anlass zu optimismus dass wir in diesen fragen uns einer größeren gesellschaftlichen öffnung ergeben also es ist nicht abzusehen da immer wieder plötzliche entwicklungen in der geschichte passiert sind dass das ist der optimismus den man sich bewahren muss aber im moment haben wir kaum bis wenig anzeichen dafür